Das ist Hagel. Das ist der Hagel, der da im Gras liegt. Jetzt haben wir hier mal ordentlich schottisches Wetter gehabt. Ne, haben Sie noch nicht erlebt, Frau Schneider? Doch, Schnee, ja. Aber nicht um die Zeit. Auch meinen Sie, im Juni Schnee haben wir eher selten im Westerwald? Ja, das haben wir selten. Nein, das war Hagel. Das war eben noch nicht da. Dann hat es gehagelt und dann war es da. Das war noch nicht da, weil wir noch nicht hier waren. Meint ihr, ja? Eine Spielzeife. Ja, das war arg rutschig. Hat die Anna aber gut gemeistert. Ja, das will ich meinen. Junge, Junge. Das kannst du dann der Mama erzählen. Ja, aber auch von der Mama. Ja, die werden jetzt gestorben. Die werden jetzt gestorben. Oh wei. Da hätte ich zehnmal langsamer fanden. Da hätte ich noch nicht gefanden. Ein Kind war rechts ran. Oh, da war mein Blitz. Schon wieder verpasst.